Hallo und herzlich willkommen zu Let's multiplayer Call of Duty Modern Warfare 3 mit mir, Adlerwache1993 Ihr auf der Map Erosion im Spielmodus 2 gegen 2 Herrscher, jawohl, und zwar spielt auch der Neo mit Ich wollte halt das nochmal bringen, weil macht eigentlich ganz Spaß Black Ops 2 kommt am Mittwoch wieder und wir spielen heute MK14 mit Ruhpunkt und Rückstoß MP9, Schalldämpfers, MPEG, Grüngranaten, Blackgranaten, Plünderer, Schnellziehen, Totenstelle Dann haben wir auch auf den Killstreaks, ja diesmal sind es so wie in den Killstreaks Drohne Predator und, na, läuft Dat hat geleckt und ich bin tot Alles klar Okay Das kann man so nicht ändern Und ich zwar ein bisschen kacke, dass der gerade geleckt hat, wo der um die Ecke kam Ne, da ist ein Ero, der gerade bei mir rechts um die Ecke steppt Nun gut, egal Ich hoffe mal, dass ich hier ein bisschen was reiß Ich mache das aber gerade alleine vom Spaß, dass es halt auch mal ein bisschen Abwechslung kommt Aber ich habe vergessen Vergessen ja schon gesagt, dass ich mich am Stream ranzetzen werde und die restlichen Züge noch mal Achso, um den halt komplett Fertig zu... Ach, scheiße, da hat er drüber geguckt Ja, die letzten Züge mache, um... Ups, falsche Taste Um den halt fertig zu kriegen Und das habe ich Halt mit dem Stream Da wollte ich mal fragen Ich hatte so auf jeden Fall zweimal oder dreimal in der Woche den Infinity vor Freitags auf jeden Fall abends oder Samstags Und dann wollte ich meinen ersten Stream eigentlich morgen machen Das war am Mittwoch Und dann so... Ja, so 17 Uhr Scheiße So 17 Uhr Ab... Ja Doch, ja Bin halt immer noch ein bisschen überlegen Ja, doch, aber 17 Uhr ist eigentlich Zeit Ab 17 Uhr bis 20 Uhr Also Tests Zwecken Dass ich da denn mal das bisschen probiere Alles Wie dazu läuft Wie er da... Fick dich scheiße Wie er dazu aufnehmt Alles drum und dran Wer denn was hat Wird aber morgen nochmal Extra was kommen Was wird gezockt Also ich werde morgen definitiv Ja doch, morgen Äh, den Ding jetzt nochmal hochladen Infovideo Wo das denn halt Wenn es nochmal gesagt wird Fick dich Also wo ich das denn nochmal direkt ankündigen Was wird dabei gespielt Das kann ich jetzt schon sagen Das ist einmal Äh... Homefront Genau, so heißt das Das ist ein Singleplayer Da würde ich dir noch Was zu erklären Ist halt ein schönes Spiel Der kam glaube ich 2011 oder 2012 raus Ist eigentlich ein Recht interessantes Game Was man Ich sag jetzt mal Nicht unbedingt Gespielt haben muss Aber was man Durchaus möglich Mal gespielt haben Kann Und zwar ist das Szenario Ganz geil Da greift man nicht Wie man sonst kennt Russland ECC Den ganz an Die Amis Und das ist mal Nordkorea Die diesmal die Übeltäter sind Das ist eigentlich ganz cool Gemacht Da würde ich denn euch Auf den Fall machen Scheiße Herzlich zu einladen Lasst ihr dann mal Im Stream mit vorbeischauen Und danach wird Titanfall Gespielt Ein bisschen Weil die Season ist zu Ende Ich wollte mich dann noch Ein bisschen hochleveln Und dann Auch nochmal ein bisschen MB3 oder so Oder MB2 besser gesagt Da nochmal ein bisschen Bot machen Und ja Ach scheiße war er recht Und ich bin auch nicht Ganz so beweglich Ja gut ich konnte Ich drehe mich Und gerade ein bisschen Mehr auf den Labern Ja das war eigentlich alles Darum eigentlich ein recht kurzes Mehr oder weniger Informationsvideo Hier Mit ein bisschen Spielhinterlegung Und ja Hoffe es hat euch gefallen Wie gesagt Ihr könnt ja mal reinschreiben Was ihr von Mittwoch haltet Ja mittwoch 17 Uhr Livestream Ich werde morgen Morgen nochmal ein separates Video geplant Und ja Ich bin raus Ich bin AdlerWach 1993 Hoffe euch hat das Kurze Entspannte Video Mal so zum Abend Gefallen Und ich bin raus Bis zum nächsten Mal Ciao Leute Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal